Guck mal die Katze an. Das ist eine. Sind das nicht noch mal so nackige Katzen? Ich bin bei meiner Schwester. Ich hab doch keine Ahnung. Wo hab ich denn Angst? Schnuppern mal. Dass sie überhaupt bleibt. Ja, guck mal. Nein, weil Tiere merken, wenn einer tierlieb ist. Vorsichtig, Bubi. Was ist das für ein Tier, Bubi? Eine Katze. Ja, und wie macht die Katze? Miau, miau. Der Papa, der ist blöde vorhanden. Was? Das sind doch keine blöden Fragen. Das ist doch, wie? Und wie macht der Hund? Wuff, wuff. Und wie macht der Esel? Ja, ja. Und wie macht der Papa? Nix. Bubi, was ist mit der Puppe hier? Spielen? Ist die was oder ist die nix? Die ist nix. Die ist nix, gut. Dann gehen wir rein. Bubi, es ist soweit. Ich hab's dir schon aufgeschnitten. Mach mal auf. Ein Geschenk von einem deiner Fans. Komm, wir gucken mal rein, was das ist. Oh. Was ist denn da drin? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, wie ist das? Spider-Man. Wow, sag danke. Danke. Wow, freust du dich? Ist das toll? Ja. Wow. Der Patrick, der Zuschauer, hat dir das geschenkt. Sag mal danke, Patrick. Ich hab's schon gesagt. Guck mal, was noch drin ist. Eine Dose von Spider-Man. Ja. Und was ist drin? Gummibärchen. Sag danke. Sag danke, Patrick. Danke. Das kann doch nicht sein. Peter Parker, was machst du hier? Wen suchst du? Wen suchst du? Keiner. Keiner? Der grüne Kobold? Mhm. Da vorne hab ich ihn gesehen in der Tonne. Geh mal schnell gucken, da ist ein Böser. Nein. Nein? Nein. Okay. Ist hier ein Peter Parker? Was? Bist du Peter Parker? Ja. Nein. Ich bin's. Der grüne Kobold. Nein. Wieso nein? Du bist Papa. Ich bin Papa. Ja, okay. Hab mich kurz getäuscht. Also kein Kampf. Nein. Mach mal ein Spinnennetz auf mich. Ja. Wunderbar. Klasse. Hast du eine Decke dabei? Ja. Das ist ein altes verranntes Knossi-Shirt. Guck mal hier. Das wollte ich gerade eben wegschmeißen. Das war ein Notdruck, weil ich mal keinen Koffer hatte auf Mallorca. Das ist komplett durch. Das schmeiß mal nicht weg, ja? Nein, aber eins. Ist deins. Was willst du damit machen? Mit dem Spielen. Spielen. Okay, dann soll es deins sein, Bubi. Bitteschön. Viel Spaß. Was ist denn? Was denn? Was ist denn? Wo denn? Wo? Da. Die Ermittler prüfen umgehend den Fokal. Hier, fang! Oh, Mann! Jungs, ich will euch nur kurz sagen. Ich weiß, man nimmt das alles auf die leichte Schulter und man hat keine Angst und so. Ich war jedes Jahr da, Schatz. Sag's den Jungs mal. Das ist anders als erwartet. Und dann kommt noch dazu, allein in so einem Haussee. Ich hab die immer als Schutzschild vor mir. So, geh ich da durch. Ich hab kein Schutzschild diesmal. Und dann noch, und das ist das Härteste, Michael Myers einfach da. Die echte Maske aus dem neuen Film Halloween Ends aus Hollywood. Kommt die Maske an. Da wird Michael Myers da drin sein. Ihr habt ja immer noch große Fresse, ja? Ich will euch sehen bei eurer ersten Challenge. Die waren noch nie in so einem Haus. Die haben keine Ahnung. Der Trimax, wie alt ist der? 19 oder was? Gar keine Ahnung. Eligella, gerade 18 geworden. Komm. Ich hab den Podcast gemacht. Ich will rein. Wow. Bist du nackig? Dann weg, 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 weg. Wow, Doppelbetten schlafen wir hier? Nein, gell? Wow, jubber, jubber, jubber. Wo geht's da oben hin? What the fuck? What the fuck? Mega. Alter, ey, einfach im Krona-Sahen, im Europapark. Eine Suite. Never had it before. Heute Abend. Geht es hier zur Sache. Trimax schon da? Eligella ist da. Wir sind alle da. Ich geh mal die Treppe einmal hoch. Yalla. Wow. Hier oben will ich heute Nacht mit dir sitzen und eine Banane essen. Stream and scream. Soh ... Soh ...